Ich wollte mich mal umgucken. Moment. So. Und mal gucken. Ich muss schon mal beise. Ich glaube das ist jetzt nicht so krass. Verstehe ich nicht. Ist mir irgendwie ein Rätsel. Na gut. So. Gehe ich gleich nochmal runter in den Raum wo die Notiz drin war. Ob da jetzt noch irgendwas zu holen war. Ist das hier? Ja. Hä? Okay. Es sah zwar ein bisschen anders aus. Ach deswegen. Ich war wirklich schon drin. Ich glaube das ist immer im ersten Mal. Es ist schon wieder ein Nachmittag. Wie lange pennt denn er? Hier. So. Hier waren wir auch schon drin. Hm. Da oben auch checken. Was ist das Licht aus? Geh an Dicke. Schuss. Ich hab vergessen den Titel zu ändern. Kann das sein? Ja. Kannst du das eben übernehmen, Jule bitte? Guck mal. Das hier rüber. Da war ja gar nichts. Na gut Also ist drinnen gar nichts Ab nach draußen oder wie? Warte mal, wir hatten doch gestern Abend den Raum Wo noch Anders Ich will hier rumwarten, dass wo die dann auch noch eine Tür drin war Ich dachte, der war unten gewesen Sieht jetzt schon wieder aus hier, das Licht Hä? Kann doch nicht weg sein, der Raum Hier geht es so konfus Ach hier direkt der erste How good you? Oh lol, war der Fehler auch schon da? Also besser. Okay, hier wird es nicht weiter. So, mal abchecken hier. So sieht erstmal alles gut aus. Ich glaube, wir sollten nicht so viel... ...batterien verbraten. Ich finde die Musik auch gerade schön beruhigend. Wofür habe ich gerade den Schlüssel aufgesammelt? Hier. Als Lichtschalter. Hey, hey, hey. Frech. Okay, war bloß der eine... ...Schlüssel drin. Ist das gerade meine Schlüssel? Äh, Schlüssel. Meine Schritte oder die von jemand anderem? Kann ich wieder ins Bettchen gehen? Kann ich wieder ins Bettchen gehen? Was ist denn das mal aus hier? Lass das jetzt an. Kann ich mal nicht wahr sein. Schade. Ah, hier. Streichhölzer. Und zwecher Multiz. Und zwecher Multiz. Wir hatten einen schönen Tag am Meer. Nachts wurden wir durch Geräusche im Haus wach. Ich konnte aber nichts entdecken. Yes. Wir müssen uns schon mal ein bisschen beeilen. Was ist vom Tag alles abgerasen? Musik bitte. Continuums. Musik bitte. Und zwecher Multiz. Hier war nix mehr. Musik. 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 So, hier war vorhin die letzte Notiz. Ich muss gerade echt sagen, das ist gerade ein bisschen ungewohnt. Jetzt lasse doch mal an. Bist du garstig. Die letzten Horrorspiele, die ich gespielt habe, waren eher so, dass, wenn Stille war, dann war Stille. Dann war gruselige Stille. Und hier hat vielleicht ganze Zeit so Musik, die einen unter Druck setzt. So, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, ist jetzt drinnen erstmal nichts Neues. Also glaube ich, ab nach draußen. Was hier draußen noch einhört. Das hier wahrscheinlich das Licht ausgehen muss. Gibt's ja nicht. Aha. War der vorhin auch schon da? Einfach nochmal ein Ründchen draußen drehen. Hm. 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 Gut, dass du überhaupt nicht creepy ausstichst, liebe Vögel-Scheuche. Okay. Da ist zwar mal wieder ein Schuss in den Ofen. Hä, jetzt sind wir doch alles durch. Alle Räume einmal. Oh. 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 Hm. Das ist blöd jetzt. Was habe ich übersehen? Oh. Oh. Alter. Ey, jetzt lass das. Dive nur. Mal abchecken. Okay. Okay. Null. Null. Okay. 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 What? Die war nicht schön. Und nun? Habe ich jetzt den Hinweis? Ah. Nur wo bringt das mich jetzt hin? Ah. 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 Der Raum sieht genauso aus wie der unten. Nee? Bist du sind wir jetzt hier reingekommen? Wenn es hier nicht weiter geht? Oder habe ich irgendwas übersehen? Also ich sehe hier nix. Wie die Zeit vergeht. Na gut. Dann bin ich jetzt in einen Raum gekommen. Indem es nicht weiter geht. Das ist ja all. Gut. Den Schlüssel haben wir jetzt. Hey. Ach so Geht's einfach noch höher Alles klar Als ob Dieses Bild In Obscuritas auch drin war Und ich dachte das Bild Was besonderes Gestern Nacht haben wir wieder Geräusche gehört Ich konnte aber wieder nichts finden